Hier ist Radio Neumarkt mit dem Programm in deutscher Sprache. Es war soeben 21 Uhr. Sie empfangen uns auf der Frequenz 106,8 FM und auf Mittelwelle unter den Frequenzen 1323, 1593, 1197 Kilohertz sowie im Internet unter radio-neumarkt.ro. Sie hören die Nachrichten mit Imola Makavey. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier die Schlagzeilen des Tages. Staatschef ist für vorgezogene Neuwahlen. Verspäteter Winterbruch sorgt für übliches Chaos. Buttigieg gewinnt erste Vorwahl der US-Demokraten. Hautein for Sanders, Chef von Al-Qaida, im Jemen stirbt bei US-Drohnenangriff. Sport, Rassismus im Sport und das Wetter in Siebenbürgern kälter als normal für diese Zeitspanne.